Tropfen für Tropfen den Umschlagspunkt exakt bestimmen, bei Bedarf auch auf drei Kommastellen genau. Kein Problem für die Titrette. Mit ihr kann man schnell und zuverlässig titrieren. Und das innerhalb der Fehlergrenzen der Klasse A. So wird es gemacht. Gefäß mit Probelösung unter die Kanüle stellen. Titrette einschalten und Titration starten. Bei ungefähr bekannter Konzentration kann bis kurz vor dem Umschlagspunkt zügig titriert werden. Dann die Maßlösung tropfenweise bis zum Farbumschlag zugeben. Vor der nächsten Titration zuerst das Display mit Clear auf Null setzen. Danach den Kolben bis zum Anschlag nach oben drehen, um die Titrette wieder zu füllen. Startklar für die nächste Titration. Wird die Titration, wie hier gezeigt, ohne vollständige Neufüllung gestartet, kann es sein, dass der Kolben schon vor dem Umschlagspunkt den unteren Anschlag erreicht. In diesem Fall den Kolben zum Füllen einfach wieder nach oben drehen. Der Anzeigewert bleibt währenddessen stehen. Die Titration kann wie gewohnt fortgesetzt werden. Tropfen für Tropfen mit höchster Genauigkeit. Um Kristallablagerungen und Verdunstung zu verringern, das Gerät nach der Titration stets vollständig bis zum oberen Anschlag füllen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017